Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chess Opening Video auch vom Kanal mit eurem Brocken. Ja, was soll ich sagen? Der Krieger hat eigentlich nichts gemacht die Woche. Ja, ich habe mit vielen anderen Schals was gemacht. Ich habe glaube ich eine HC-Kiste gemacht oder so. Das war es auch. Ja, man sieht es. Eine HC-Kiste, mehr haben wir hier auch gar nicht gemacht. Absolut erschittelt. Da können wir direkt hier unten auswählen, denn mit dem Broby haben wir halt einfach in der letzten Zeit nicht so die Lust irgendwas zu machen. Ja, da können wir trotzdem mitnehmen. Das ist sehr nice. Ich weiß gar nicht, bekommen wir auch noch einen Schlüsselstein? Anscheinend ja nicht. Ist ja mega geil, gar keinen Schlüsselstein zu bekommen. Fühle ich. Ja, gucken wir mal weiter. Wir haben aber mit zwei anderen Schals relativ aktiv gespielt. Als allererstes switchen wir mal rüber und gucken mal bei meinem Healdruiden, denn der hat wirklich Keys und auch den Raid-Content so weitestgehend gemacht. Also switchen wir mal rüber. So, dann werfen wir mal einen Blick mit meinen geliebten Healdruiden in die Chess. Der war nämlich im Gegensatz zu meinem Volby wirklich fleißig und der hat bestimmt auch Loot-Glück. Hoffen wir doch mal an. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir Hände. Die könnte man im T-Set umwandeln. Hier haben wir natürlich einen schönen Ring. Der hat, ähm, was hat der? Das ist der Crit, ne? Crit Versa ist jetzt nicht so Bombe. Nicht so unbedingt. Ja, wir nehmen die Hände und machen daraus ein T-Set-Teil. Das ist dann ganz nice. Ah, 278, obwohl, was haben wir hier? Ah, ah, ah. Oder den Gürtel. Aber Gürtel wäre natürlich ein gutes Upgrade ebenfalls. Ah, Vierseitigkeit ist sehr nice. Meisterschaft ist jetzt nicht so nice. Hier ist halt die Frage. Ja, bei den Ringen, ah, da ist jetzt so, ne? Ist halt so, und da ist halt nichts drauf. Hier haben wir 30 Int mehr, ne? Hier bekommen wir natürlich auch nochmal Int. Wir haben da halt ein T-Set drauf liegen an sich, ne? An sich wäre der Gürtel hier schon, ja, wir nehmen mal den Gürtel, ne? Weil das T-Set haben wir. Der Gürtel ist hier ganz nice. Der bringt das größte Upgrade, das Thema auch Int. Nehmen wir den Gürtel hier mit, ist auch ganz schniekel. Da freut sich der Gürtel dann auch drüber. Ah, können wir anlegen. Hat da 264 angelegt. Ich weiß immer noch nicht, warum. Aber ja, stimmt, ich habe hier noch einige Items, die wir dann in T-Set-Teile auch umwandeln können. Wie die Handschuhe 255, die Brust 262 und natürlich die Hose noch aufgehoben. Ist ganz nice. Können wir nachher auch mal machen. Nächstes T-Set-Teil einfach hier ein bisschen erhöhen. Ähm, ja. Und zu guter Letzt habe ich die letzte Woche auch noch sehr aktiv. Ähm, der hat jetzt aber natürlich leider noch nicht so, ähm, die hohen Kies gelaufen. Sonst bin ich noch zum Heel Monk gewechselt. Und auch da werden wir mal reingucken, ob mein Heel Monk guten Loop bekommen hat oder nicht. Ja, und dann würde ich sagen, zu guter Letzt gucken wir noch mal mit dem Heel Monk rein. Vielleicht noch ein T-Teil. Das wäre schon nice, wenn nicht. Aber nicht ganz neutral ist. Zweier ist der Bonus. Hatten wir hier schon bekommen. Ja, hier sieht man schon, wir haben so ein bisschen... Oh, Schildhunt ist big. Schildhunt ist very, very big. Äh. Ähm. Ja, Schultern haben wir. Oh, eine 2,25er Waffe. Da habe ich sogar was. Da könnte ich die Dings nehmen. Ja, ne? Nicht der krasseste Loot jetzt, ne? Kopf könnte man nehmen. Da könnte man natürlich ein T-Set-Teil draus schmieden. Oh, ist schon nice. Äh, wenn wir jetzt hier den Kopf nehmen, hätten wir halt ein T-Set-Teil. Na, aber wir können auch so, äh, noch ein T-Set-Teil natürlich schmieden. Ja, wir nehmen die Schildhunt hier mit. Die 2,52er, was sehr nice ist. Weil ich habe nämlich noch eine Einhandwaffe, auch auf 2,52. Schon mal nice. Das ist sehr gut, ne? Ja, nicer Loot, würde ich sagen, ne? Möchte mich da gar nicht mit dem Monk beschweren. Na, dann kann ich jetzt hier nämlich, genau, dann kann ich die Schildhunt hier nämlich anlegen. Und dann hatte ich, glaube ich, noch eine Waffe. Die habe ich letztens auch aus dem Raid gezogen. Genau hier die 2,52er Dings hatte ich noch gezogen. Sehr nice. Ja, 2,47 schon mal so für den Anfang. Sieht nice aus. Ist nice. Freue ich mich mit meinem Monkiel. Und hoffe, dass der natürlich die nächsten Zeit auch noch weiteren guten Loot bekommt. Ansonsten hoffe ich natürlich auf jeden Fall, ihr hattet auch allen guten Loot in eurer Weekly Chess. Ich drücke euch die Daumen, falls ihr sie noch nicht aufgemacht haben solltet. Ja, zum Thema Streaming möchte ich kurz sagen, die sind aktuell so ein bisschen spontan. Wieso, weshalb, warum da jetzt so wenig Streaming in letzter Zeit kommt und auch Videos wird bei Zeiten noch kommen. Warum das Ganze aktuell so ist, Streaming wird halt spontan stattfinden. Ansonsten wie gesagt, guten Loot in eurer Weekly Chess. Bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Vielen, vielen lieben Dank trotzdem für euren Support und eure Liebe. Ich bin raus, haut da rein, euer Brocken.